Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 17. August mit Stefan Weisemann. Guten Abend, schön, dass ihr zuhört. Das hört mich mehr erinnert an vielleicht einen schlechten Krimi, aber es findet jetzt tatsächlich statt. Also es hat schon eine gewisse Qualität. Ein bisschen beeindruckt war Polizeipräsident Frank Richter da schon. Am Samstagabend gab es bei uns in Essen eine große Clan-Razzia. Unter anderem wurden Spielhallen am Heinrich-Sense-Weg in Krei durchsucht und da gab es die Entdeckung des Abends. Hinter zwei ziemlich unscheinbaren weißen Büroschränken wurde ein verstecktes Zockerzimmer gefunden. Mit illegalen Spielautomaten und einem großen Pokertisch drin. Auch ansonsten wurden einige Spielautomaten eingezogen, unversteuerter Tabak und vier getunte Luxuskarren. Die hat die Polizei in der Innenstadt bei illegalen Rennen erwischt. Eine dieser Karren dürfte schlappe 250.000 Euro wert sein, sagt die Polizei. Sie hat bei uns mehr als 100 Anzeigen geschrieben. Für Innenminister Herbert Reul eine sehr wichtige Abschreckaktion. Wir kriegen aber an diesem Abend ganz wichtige Erkenntnisse. Und wir machen vor allen Dingen klar, dass das Wichtigste bei uns gilt, das Gesetz des Staates. Essen ist auch weiter eine absolute Hochburg für kriminelle Clans. Und es gibt auch noch mal deutlich mehr Straftaten von diesen Clans als in den Jahren davor, sagt der Innenminister. Ähnliche Clan-Razzien gab es am Samstagabend unter anderem in Bochum, Gelsenkirchen, Dortmund und Duisburg. An jedem fünften Verbrechen in NRW ist mittlerweile ein Clan-Mitglied beteiligt, heißt es. Neuer Tag, neuer Corona-Fall. Das ist der Verlauf an den Essener Schulen gerade. Ein Verlauf, den viele befürchtet hatten. Fünf Tage in Folge gibt es jetzt Meldungen über Corona an Schulen bei uns in Essen. Die neueste kommt heute vom Robert-Schmidt-Berufskolleg in Huttrop. Da hat sich ein Schüler mit Corona angesteckt. Der bleibt jetzt zu Hause. Die anderen können aber weiterkommen, denn in der Klasse wurden die ganze Zeit Masken getragen, sagt die Stadt. In den Grundschulen gibt es keine Maskenpflicht im Unterricht. Deswegen trifft es an der Bodelschwing-Schule in Altendorf auch gleich die ganze Klasse 3a. Da müssen alle Schüler jetzt erst mal zu Hause bleiben. Auch an der Dürer-Schule in Borbeck hat eine Betreuerin im offenen Ganztag Corona. Und es gibt auch noch Fälle an der Elisabeth-Schule in Frohnhausen und dem Theodor-Heuss-Gymnasium in Kettwig. Ich hoffe mal, dass diese Serie morgen spätestens unterbrochen wird. Auch an den Kitas bei uns in Essen ist Corona kein Kinderspiel. Monatelang gab es da Einschränkungen. Seit heute läuft wieder der Regelbetrieb, soweit das coronamäßig überhaupt möglich ist. Das heißt, alle Kinder bekommen wieder ihre komplette Betreuungszeit und es dürfen auch wieder mehr Kinder zusammen spielen. Die Kitas vom VKJ in Kettwig und Delwig haben extra neues Spielzeug gekauft zum Beispiel. Das kann man nämlich gut desinfizieren. An den Kitas der Caritas dürfen die Kinder zum Beispiel wieder ihre eigenen Kuscheldecken mitbringen seit heute. Zweimal hat es Ende Juli am Kanapa-Markt sehr laut gekracht. Um Viertel vor fünf morgens. Da haben Unbekannte den Geldautomaten der Sparkasse dort gesprengt. Übrig geblieben ist ein völlig zerstörter Vorraum der Bank. Und auch die Filiale selbst wurde verwüstet. Die Fenster sind damals gesplittert. Mit ein bisschen Aufräumen ist das nicht getan. Deswegen soll die Filiale jetzt von Grund auf erneuert werden. Bis zum Frühjahr wird da wohl gearbeitet, heißt es. Die Kunden können in der Zeit nach Altenessen oder Katernberg gehen. Nach den Sprengern wird weiter gesucht. Meistens sind das Banden, die so schnell flüchten, dass da nicht mal mehr die Polizei hinterherkommt. Nur eins ist sicher. Sie haben in Karnab einen niedrigen fünfstelligen Betrag aus dem Automaten geholt. Es könnte auch das Haus einer Hexe sein. Versteckt zwischen dichtem Gestrüpp in Fulorum. Gebaut aus ganz unterschiedlich großen rötlichen Bruchsteinen. Davor grüne Fensterläden und eine schiefe Tür aus Holz. Seit mehr als 150 Jahren steht dieses Haus am Ende der Wienenbuschstraße in Fulorum. Beziehungsweise stand. Denn seit heute wird das Hexenhäuschen abgerissen. Zuletzt haben es die Naturfreunde genutzt. Aber es steht schon seit vielen Jahren leer. Und dann sind da immer mal wieder Jugendliche oben durchs Dachfenster geklettert. Oder haben wilde Partys gefeiert. Alles nicht so toll für die Nachbarn drumherum. Die Stadt hat versucht, das Haus zu verkaufen. Da hat sich aber keiner für interessiert. Nicht mal irgendeine Hexe. Deswegen jetzt der Abriss. Das Ganze dauert ein paar Wochen. Dann gehört das Grundstück in Fulorum wieder komplett der Natur. Vielleicht wächst ja dann sogar dort auch Hexenkraut. Und das war überregional wichtig. Bis ihr mich tötet, wird es keine Wahlen geben. Das hat der Präsident von Belarus, Lukaschenko, heute den Arbeitern in einer Fabrik zugerufen. Die Arbeiter waren ausgewählt. Trotzdem haben sie ihn die ganze Zeit ausgebucht und ihm zugerufen, dass er abhauen soll. In anderen Fabriken haben tausende Arbeiter heute auch aufgehört zu arbeiten. Sie alle wollen den Rücktritt des Präsidenten. Denn der soll die Wahl letzte Woche massiv gefälscht haben. Die wahrscheinliche Wahlgewinnerin, Tichanowskaja, hat heute per Video gesagt, dass sie die Führung in Belarus übernehmen will. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Kühl ist es gerade. Zumindest verglichen mit der letzten Woche. Morgen gibt es ein paar Wolken. Die Sonne ist aber auch ganz gut dabei. Das Ganze bei 25 Grad. Wenn es Gewitter gibt, dann morgen in Richtung Abend. Und die nächsten Nachrichten hier bei uns aus Essen gibt es bei Radio Essen wieder morgen früh ab 6. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen und ruhigen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.